Hallo Leute, auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr. Ich bin jetzt voller Tatendrang und direkt auf den Weg zum ersten Shooting. Der Filter ist doch nicht so geeignet, aber ja. So, wir sind fertig. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse und muss sagen, geile, geile, designte Klamotten. Yay! Nächste Woche Samstag Shooting mit Bonny's Wonderland und Björn Kralat. Das wird sicher ganz, ganz toll. Wow, danke Leute. Danke, danke, danke für über 10.000 Klicks für One bei YouTube. Endlich haben wir die 10.000er Marke geknackt und das ist super. Ständig wird man hier beworfen, ey. Was soll das? Snapchat dreht durch. Let's go! Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Erstmal meinen Koffer einpacken. So, für mich geht's jetzt nach Hildesheim. Zum Björn und zur Bonny. Und, äh, ihr seht, die Sonne blendet extrem. So, ich bin jetzt in Hildesheim angekommen. Ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, ob ich hier stehen darf. Oh, und meine Lippe ist aufgeplatzt. Au! Okay, ich stehe, glaube ich, definitiv im Parkverbot. Gut, aber ich bringe jetzt erstmal meinen Koffer hoch und packe dann vielleicht nochmal um. Ich bin da und guck mal, wer da ist. Bonny und Tinka. Oh, das süßeste Hund der Welt. Sag mal Hallo. Ja, guck. Ja, so sieht das bislang aus. Ihr seht schon superschön. Und, ähm, ja. Bonny und Björn sind auch schon bestens vorbereitet hier. Wow, oder? Okay, wir machen gerade die Haare. Wie sieht euch das an, ey? Und diese Haare. Überall sind Haare. So, der nächste Step sind Schmetterlinge. Diese Freunde hier. Da bekommt man doch direkt Lust auf Frühling. Booting artet gerade in ein kleines Bastelprojekt aus. Wir haben einfach keine Lust mehr und haben gedacht, wir basteln einfach ein bisschen. Tada! Seht euch das an. So, Leute. Das ist das Studio. Sehr, sehr geil. Und da werden wir gleich Fotos machen. Oh, wir haben es geschafft. Und ich glaube, die Ergebnisse werden sehr, 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 sehr gut. Ich freue mich tierisch. So, Leute. Ich bin jetzt fertig und auf dem Weg zum Auto. Ich bin echt kaputt. Und ich freue mich auch auf jeden Fall mega auf die Bilder. So, ich düse dann jetzt los. Ich melde mich dann später wieder bei euch. Und hoffe, ihr habt bislang einen wundervollen, wundertollen, perfekten Samstag. Nochmal kurz ein bisschen Werbung. Folgt unbedingt Bonny's Wonderland und Björn Karlat bei Facebook. Ich werde das gleich hier unten nochmal einblenden. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich muss sagen, ich bin echt mega platt und müde. Treffe mich jetzt gleich noch zum Kochen. Ganz entspannt. 800 Follower bei Instagram. Yay. Dankeschön. Danke für euren Support. Und ich werde weiter fleißig Bilder posten und euch auf dem Laufenden halten. Auch dort. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade auf dem Weg zur Uni. Und von dort aus holt mich dann auch das Doku-Film-Team mal wieder ab. Und kommt mit zu mir nach Hause. Und ja. So, Unikurs geschafft. Jetzt fahre ich runter und treffe mich mit den Filmleuten. Bisher alles gut überstanden. Schauen wir mal, wer da ist. Hallo. So, erstens die Szenen sind abgedreht. So, Part 1 ist schon fertig. Es ging ganz flott. Und jetzt fahren wir zu mir nach Hause. Und drehen da noch ein paar Szenen. Ja. So, Drehschluss. Wir sind fertig, bevor ich es vergesse. Also, wir unterhalten uns gerade schon wieder über Küchengeräte. Also, schweifen wir schon wieder ab. Aber es war ein sehr schöner Dreh. Und, ähm... Hallo. Ja. Ja, eben gerade war die Samira hier bei mir und hat ein paar Fotos gemacht, die sie für ihre Serie für die Ausbildung braucht. Und, äh, ja. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, der Januar neigt sich ansonsten jetzt auch schon dem Ende zu. Ich habe viel erlebt. Ähm, ein erster schöner Monat des Jahres 2016. Und, ähm, ja. Also, ähm, ich hoffe, ihr seid im Februar auch noch dabei. Und, ähm, ich freue mich drauf. Und, ähm, bis dahin. Wie sage ich so schön? Stay tuned. ... ... ...